Moin, hallo und herzlich willkommen. Matze wieder am Start und was soll ich sagen, scheiß Born, denn ihr seht's ich bin auf Setup aus und boah, wollte eigentlich hinten am gerne am Dings Bornen, am Trailer Park Schade. Ich dachte, es war ein Kopf, eine Weile war es bloß so ein Eimer. So, so 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 Und dann hat er gesagt. Und dann geht es weiter. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich weiß jetzt nicht von welcher Seite, es ist fast erst ranzugehen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war ein bisschen scheiße, gell? Hier geht's los... Hier geht's los... ... ... ... Oh, Alter. Das ist so schön. Pauzine, die sind schwäb! Häää! Gehä! Gehä! Was ist denn die PMC-Sin? Was ist denn das? Geh nicht! Untertitelung des ZDF, 2020 muss ich mich jetzt mit einem Lumpenpack hier rumschlagen. Irgendwo grölt noch einer. Mann! Mann! 1, 2, 3, 4. super so 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 Mensch, wie viele sind denn das? Haben die sich ja alle von den PMCs versteckt, oder was? Mann, Alter! Gibt's denn sowas? Ich hab bald keine Munition mehr. Naja, doch, ein bisschen hab ich noch. Aber die geht ja hier drauf in dem Saftladen. Und PMCs soll ich immer noch irgendwo brummeln. Hmm. Und dann können wir das mal sehen. Das war's für heute. Das sind wir mit 2 und 1. Das ist alles. Ich habe ein Bandit. 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 Beruhige, ich habe ein Bandit. Ich habe ein Bandit. Ich habe ein Bandit.